Tivor, 20 Jahre Willingen, 20 Jahre BC Geburtstag. Deswegen haben wir gedacht, wir schenken dir keine 15 Sekunden, sondern 20 Sekunden. 20 Jahre, deine persönlichen Highlights, 20 Jahre Willingen. Und los geht's. 20 Jahre Willingen und zwar los ging es hinten am Parcours Forecross. Da war die erste Action, die Zuschauer konnten live dabei sein. Dann war noch der, wie hieß er, der erste Enduro, alles am Start. Le Mans Start. Und da war noch Action dabei, da konnten die Zuschauer und alle irgendwie mitmachen, Profis und so weiter. Und I love you. Jovelin, warum sollte man einmal in seinem Leben an seiner Cruisebike gefahren sein? Also ich mach mal eine Gegenfrage, ja? Du sollst ein Haus bauen, Kinder kriegen, in Baumpflanzen und in Santa Cruz gefahren sein. Sonst ist alles für'n Arsch. Und das war's. Sauber! Vielen Dank! Hallo Dennis, warum findest du Regen beim Festival geil? Du hast 20 Sekunden. Im Prinzip finde ich's ja nicht so geil, aber in Willingen gehört das einfach dazu. Also Willingen ohne Regen, das ist wie ein Sportwagen ohne Gaspedal. Und ich hab noch zwölf Sekunden, das ist ja Hammer. Da kann man richtig viel sagen. Nee, ich bin der Meinung, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Reifen. Aber immer noch fünf Sekunden. Ihr müsst ein neues Random Heft kaufen. RandomProducts.com Dankeschön! Hallo, wir sind bei Rotor und Sandra stellt uns jetzt in 20 Sekunden vor, warum man Q-Rings fahren sollte. Grüßt euch! Mit Q-Rings erreicht ihr, dass ihr durch die Ovalität der Kettenblätter schneller über die toten Punkte kommt. Reduziert damit den Stress auf dem Knie und nutzt eure Kraftphase optimal, da ihr in der Kraftphase eine höhere Übersetzung habt, in der natürlich auch eine höhere Traktionsfähigkeit gewährleistet ist. Also probiert's aus, weil bei Components könnt ihr sie 30 Tage lang auch gerne testen und ohne Eingabe von Gründen retornieren. Geolution leicht gemacht in 20 Sekunden. Eins. Ach, ist schon losgegangen? Ja. Longer, lower, slacker oder auch wer lang hat, lässt lang hängen. Heute geht's um die Geolution. Wer einfach schneller Fahrrad fahren will, ist bei uns ganz genau richtig. Macht's gut. Danke! Geht doch! 20 Sekunden Produktvorstellung, jetzt bei Lightville. Machen wir jetzt aber ein bisschen anders, weil wir haben den Andi und den Basti hier stehen, das heißt jeder bekommt 20 Sekunden. Lagertausch, Lightville, los! Sehr gern. Vorne länger, hinten kürzer, auf die jeweilige Körpergröße angepasst und dann 8-Pins, die geht rauf und runter und rauf und runter. Ganz leicht, voll integriert, geht runter und rauf und wieder runter und wieder rauf. Dann haben wir den Rahmen modifiziert, dazu noch die ultra leichten Carbon-Laufräder von uns. Testet uns, kommt vorbei und nehmt vor allem die Schlütze mit. Ganz viel Hub, geht bis 22 cm rein, bis auf Anschlag, müsst ihr euch vorstellen. Also wer schnell bolzen will, braucht 8 Bolzen, also 8-Pins, um richtig tief runter zu kommen. Enjoy it! Und es geht richtig leicht, saugeil. Und das sogar bei dem Sauwetter hier, das ist arschkalt! Sauer! Danke euch! Geht doch! Bist ihr ready? Ja. 15 Sekunden und los geht's! Also, geil war's! Dankeschön! Geht doch!